Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode Versuch Nummer 3 obwohl ich hab schon mal gespielt Das gibt's doch nicht Ach, ich hab mal getroffen Ich wollte nochmal, das war kurz dergleichen Rage Mode 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 Was ist die Idee? Was ist die Idee? äh doch ja ich würde laufen ja 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 Das war's. Ah, Mensch. Ich bin wirklich ein schlechter Spieler. Aber das habe ich ja sowieso jedes Mal. Oh! Ich bin wirklich viel lang. Woher wusste ich das? Ah! 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 Ach ja! Hacks? Wer hackt? Wer? Ja! Ja! Hacks! Na dann! So! B in the next run! Jetzt bin ich mal gespannt ob ich jetzt vielleicht ein bisschen besser bin. Ich hoffe es mal schon. Obwohl eigentlich war ich ja gerade gar nicht mal allzu schlecht. Oh! Upsa! Also. Ja. Dann schauen wir mal wie es jetzt aussieht. Es ist einer hier. Ach das bringt sie irgendwie nichts. Ja. Dassel. Ja. 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 Und wo da her kam. So. Ja. hier würde ich meinen gleichen das ist ja so ruhig, das gefällt mir mal gar nicht ja 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 Das freut mich. Das freut mich in mein Herzen. Ich will mit der Axt werfen. Ich will mit der Axt werfen. Welchen Platz bin ich denn? Oh, um toter Stelle. Boah, alter heftig. Da kam einer. Wo kam der Herr? Oh, jetzt? An zweiter Stelle. Nein. Deine erste Stelle hat mich platt gemacht. Ich glaube die sitzen alle irgendwo drinnen. Warten bis einer vorbei kommt. Ah, gemessert. Ah, falscher Knopf. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Der ist nur noch gemessert hier. Ah, vorbei. Welcher Platz? Zweiter. Hey. Schreibe nur ein Gehen. War gut. Kein gutes Spiel. Jo, das war mal wieder ein Runway Mode. Ich glaube das wird mein Lieblingsspiel bei Minecraft. Weil man da nicht so viel PvP spielen muss. Also PvP ist es zwar schon, aber nicht mit Craften und keine A-Kämpfe. So. Also dann. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen wenn ihr am nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr ein Part bewerten wird. Das zeige ich jetzt von GLP. Ich sag das nicht mehr mit dem Part bewerten. Ne, ne. Aber es freut mich dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe ihr seid am nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bye Bye.